Hallo und willkommen zu meinem Video. Also heute male ich eine Fee und ja, also lass uns anfangen. Also erstmal male ich den Kopf und für den Kopf müssen wir erstmal so einen Kreis malen. Das male ich dann mal eben. Okay, jetzt haben wir den Kopf, jetzt müssen wir die Haare malen. Die Haare male ich jetzt bisschen kürzer, weil ich möchte, dass sie kurze Haare hat. Okay, jetzt müssen wir den Hals malen. Okay, jetzt müssen wir den Körper und die Klamotten malen. Und jetzt die Augen. Jetzt male ich Detail. Und jetzt malen wir. Aha! Und jetzt will ich den Kopf. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020